Hallo, ich bin Pea von der Tollerbox und da ihr bislang schon so viel mit mir gezeichnet habt, zeige ich euch jetzt eine bisschen komplexere Sache und zwar zu Weihnachten, wie man eine Krippe zeichnen kann. Das sieht erstmal jetzt so ein bisschen komplex aus und viel, aber ich führe euch jetzt mal Schritt für Schritt durch alles, was hier da drauf ist. Okay, wir fangen mal an mit dem Baby Jesus in der Wiege. Die Wiege machen wir ganz einfach wie so ein Halbkreis und dann zu und da drin ist einfach ein Kopf von Baby und so ein bisschen Bauch oder Decke. Ja, mit zwei Äuglein ist das Baby Jesus genug. Wer will, kann ihm später noch einen Heiligenschein machen. Kommen wir noch dazu. Jetzt ist Maria dran. Maria funktioniert ganz einfach, indem wir so was wie so ein Segel setzen. Das ist der Umhang und die Haare und die hat auch noch einen Kopf und guckt auch noch freundlich. Vielleicht mit einem Smiley. Dann ist der Josef dran. Bei Josef fangen wir mal mit dem Bart an, indem wir so ein längliches Ding machen. Dann kommt der Kopf auch mit Augen und ähnlich wie Maria kriegt er einfach so einen einfachen Körper dran. So, jetzt haben wir die beiden. Was braucht noch eine Krippe? Ich erinnere, da war ein Schäfchen dran. Ein Schäfchen ist ganz einfach zu machen. Erstmal so was wie ein Wölkchen mit dem Kopf und auch Augen und danach stachsige Füße, die auch ein bisschen Hufe hauen. Kann man dem noch ein bisschen Öhrchen machen. Schäfchen, fertig. Dann erinnere ich noch eine Kuh. Die Kuh können wir auch einfach machen. Die Kuh kriegt so einen länglichen Kopf. Erinnert ihr euch an das Rentier? Ne? Doch, das Rentier. Die Kuh kriegt so einen länglichen Kopf und dann einfach so ein bisschen kräftigeren Körper da drin. Dann kriegt ihr auch Stachsebeinchen, Augen, Nüster, Öhrchen und Hirn. Dann kriegt noch einen Schwanz. Und damit eine Kuh wie eine Kuh aussieht, kriegt ihr nochmal so fleckige Flecken. Die ist halt gescheckt. So, wenn ihr wollt, könnt ihr noch einen Esel machen. Der kann hinter der Kuh stehen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger auf dem Blatt. Wenn ihr das anders einteilt, hat der Esel noch ein bisschen mehr Platz. Hier parken wir ihn dahinter. Auch so ein Kopf. Lange Ohren vom Esel. Augen, Nüstern. Und ein etwas schlankerer Körper als die Kuh. Auch Schwänzchen, Beinchen. Mit Hufen. So, jetzt sind sie alle da. Dann brauchen wir nochmal ein Engelchen. Engelchen ist auch einfach zu machen. Unterkreis. Ein Körper. Und Flügel. Und auch Augen. Dann, ganz wichtig, Stern. Ein Kometenstern. Der fängt an mit so praktisch dem Schweif. Und jetzt ist manchmal schwierig, einen Stern zu machen. Das müsst ihr ein bisschen üben. Ihr geht so zackig, 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 zackig. Und wir haben vom Magazin der Stern gelernt, dass ein Stern nicht super gleichmäßig sein muss. Und das Komet kriegt nochmal so Schweifspüren im Hintergrund. So, das wäre unsere Krippe. Wenn wir wollen, können wir nochmal irgendwo in weiter Ferne die Heiligen Drei Könige machen. Das geht ganz einfach. Eins, zwei, drei. Die sind ganz weit weg. Und einer davon ist schwarz. Und sie haben noch ihre Kronen. So, und wenn ihr wollt, gebt ihr dem Ganzen nochmal so einen Boden. Und, ähm, ja, wenn das geschützt sein muss, backen wir hier nochmal so eine Art Dach. Über alle. So, jetzt können wir gucken, ob wir noch ein bisschen Farbe unterbringen. Zum Beispiel, Jesus kann nochmal so einen Heiligenschein haben. Fertig! Und dann, uh, wie oft. Über alle. Bis zum nächsten Mal.